Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute einen fetten Vergleich von Blendfeuern. Ja zum in der Hand halten haben wir hier drei Stück von Pyroland und zwar die Breslauer Handfeuer in blau, grün und rot. Bei den Artikeln, auch bei denen hinterher zum hinstellen wird davor bewahrt, dass man nicht in die Flamme reingucken soll, weil die halt wirklich sehr sehr hell sein soll und ja da bin ich wirklich mal gespannt ob das dann auch wirklich so ist. Brenndauer 60 Sekunden und NEM 35 Gramm. Ja das sind halt wie gesagt zum in der Hand halten und als Konkurrenz haben wir die Teile zum hinstellen und zwar sind das hier die Breslauer Blendfeuer gelb, grün, rot. Da können wir auch nochmal kurz drauf gucken, die haben eine Brenndauer von 30 Sekunden aber eine NEM von 150 Gramm. Also die Teile müssen anscheinend sehr viel heller sein als die zum in der Hand halten. Ja und als dritte Konkurrenz haben wir hier noch was vom anderen Hersteller. Also das hier war jetzt der Hersteller Pyroland und dann haben wir noch zum Vergleich vom Hersteller Blackbox Ultralux Breslauer Feuer. Wir gucken hier auch nochmal ganz kurz auf die Daten. 150 Gramm sind hier auch drin. Ja mal gucken ob die ähnlich sind. Bin ich mal gespannt. Klasse T1 alle Artikel übrigens. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. Ton läuft. Ja. Sieht man was. Jetzt sind wir draußen. Jetzt kommt Breslauer. Breslauer haben wir jetzt. Ganz ganz viele. Und zwar habt ihr eben schon gesehen. Wir fangen mal an mit den Handfeuern. Blau, Rot und Grün. Wollen wir uns nochmal anfangen? Gut? Rot. Rot. Die Farbe der Liebe. Oder? War es Rot? Ich weiß es nicht. Nee es war eindeutig schwarz. Wo ist mein Feuerzeug? Hast du es? Nee. Scheiße. Wo ist denn das? Als ob. Ich habe Nusslicht. Leuchte mal hier rein. Waren die wirklich zum in der Hand halten? Ja. Wirklich? Ja. Ja das ist ein Bild. Okay. Ja. Okay. Oh Gott. Ich gucke nicht rein. Boah. Boah. Das ist so abartig hell. Boah. Hallo. Die Dinger sind geil. Mach dir rum. So. Damit man sieht wie viel Licht das so macht. Wieso? Ja sieht man ein bisschen. Ja aber halt nur das Holz sag ich mal. Also weiter nicht. Heftig oder? Ja. Okay. Die war schon mal schön. Als nächstes gibt es. Sollen wir grün als nächstes? Ja komm. Grün. Die Farbe der Liebe. Ja auch. Ja. 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 Ah nee warte ich muss ja erstmal hingehen. Ho. Ho. Drei. Zwei. Eins. Oh Gott es geht los. Ah. Grün. Heller als Rot. Ohne Spaß. Guck mal da runter. Ich kann alles sehen. Ich kann bis zum nächsten Haus sehen. Und das sind 800 Meter. Oh Gott. Ja. Und es lauf on. Als nächstes und als letztes, warte, bin ich schon über 10 Minuten, als nächstes blau. Wir hatten noch gar nichts blaues. Ja, und ich wollte gerade sagen, blau habe ich auch noch nie so richtig hell gesehen. Oh, ja stimmt. Die Nico-Teile, die waren ja nicht so. Ja, die sind relativ dunkel. Achtung, jetzt wird es was krasses. Jetzt tue ich das hier an, renne dann nach hinten. Mach das. Achtung. Leben am Limit war es, oder? Ja, genau. Boah. Oh Gott. Hell. Auf jeden Fall will er nichts zum reingucken. Ich bin nicht. Gut. Ich kann doch vorher reingucken. Nein. Weiter. Nice. Boom. Ohne Spaß. Die machen so Bock. Die sind ja, ja. Ey, damit an Silvester rumlaufen. Ich glaube, das macht wirklich mega Bock. Ich sag mal, was man fairerweise sagen muss, das Blaue ist halt eher so sehr blau. Genau, genau. Das ist sehr, sehr hell. Ja, genau. Also, und es strahlt auch nicht blau aus. Genau. Weiter geht's. Jetzt kommen die großen Kaliber. Breslauer. Drei von Pyroland und einer von Blackbox. Wir machen einfach erst den von Blackbox. Äh, was war denn das für eine Farbe? Einfach weiß. Also einfach nur hell. Okay. Ich glaube, das ist geiler. Ja, wir machen erst die von Pyroland, weil die kennt man noch nicht. Weil Blackbox weiß man ja, dass die schon krass hell sind. Da machen wir erst die von Pyroland und dann als Vergleich Blackbox. Ja, grün. Als erstes. Ey, cool. Da ist genau der Pfahl im Weg. Oh Gott. Das sieht aus wie so eine Filmkulisse hier. Also ist es okay, wenn du so mit Rücken im Bild bist? Okay, gut. Guckt euch das an. Dein Schatten ist geil. Guck mal hinten. Hinter dir. Ja. Was ist denn Rauch macht? Geil. Was kommt jetzt? Jetzt kam rot, glaube ich, oder? Ja. Okay, direkt hinter mir. Unfassbar. Alter. Oder? Das ist mega. Krass. Jetzt kommt Pyroland gelb ganz weit weg. Okay? Ja. Brennt. Man sieht einfach nur diese heftige Rauchwolke. Nach oben hin sieht man gar nicht so viel. Jetzt in echt sieht man das besser. Und das war's schon. Was kam jetzt? Blackbox weiß. Weiß. Zum Vergleich. Genau. Ja. Boah. Viel Rauch. Wir drehen uns mal um. Auch sehr gut beleuchtet alles. Ja, der ist halt einfach krass hell. Also auch wirklich sehr, sehr gut. Und unscharf. Boah. Auch sehr, sehr geil. Ey, ohne Spaß. Die Dinger brauche ich. Das ist cool, oder? Die sind echt geil. I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without end much longer, remember, remember.